Okay, das nächste Fun-Level. Das Ganze nennt sich Hardcore und befindet sich auf Map Slot 26. Okay, wir haben ein paar Mancobi oder, naja, nicht nur ein paar, sondern relativ viele. Okay, oh, da ist ja noch einer. Okay, es werden echt viele langsam. Ich muss mich nach neun Raketen umschauen. Oder generell nach neuem Stuff. Okay, wenn ich hier schaue, vielleicht finde ich ja auch nochmal irgendwas. Also man kommt jetzt nicht einfach hoch oder so. Da haben wir auf jeden Fall auch noch einen. Ah. Megasphäre. Und auch noch ne Plasma Gun. Okay. Oh. Oh. Ja, holy shit. Hätte böse ins Auge gehen können. Ob da oben noch was ist, ich meine, wer weiß. Oh wow, es ging durch den Ragnotron durch. Jetzt schaue ich mal. Das könnte der letzte sein. Er teleportiert sich. Oh, irgendwas scheint. Irgendwas scheint nochmal hier reingekommen zu sein. Okay, wir haben sehr viel Schrotflinten. Munition bekommen. Hier war jetzt was Neues wohl. Irgendwas ist jetzt hier drinnen noch. Irgendwas Neues. Ein Cyberdemon. Die Frage ist jetzt halt, wo ist die Schrotflinte, die ich dann... Noch ein kleines Super-Shotgun-Duell, aber die anderen beiden Sachen schieße ich auch noch leer. Ich meine... Oh Gott. Boah. Das ist gemein. Sehr gemein. Ich darf mich halt nur nicht vom Splash erwischen lassen. Dann geht das eigentlich klar. Perfekt. Okay. Alle Kills. Alle Gegenstände. Und Secrets scheint es wohl keine gegeben zu haben. Ja, cool. Damit haben wir dann das andere Fun-Level noch bewältigt. Ein weiteres wartet noch auf uns. Zumindest aus dem originalen Release. Dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bös dann. Ciao. Ciao.